Luca und Ben zeigen euch heute die Einsteigerpakete für Kids. Da ist alles drin, was man zum Durchstarten so braucht. Der Armschutz Kinder Deluxe Maxi ist in Abmessungen und Umfang speziell für den Arm von Kindern ab sechs Jahren entworfen. Er ist aus Wildleder hergestellt und schützt den Kinderarm optimal gegen den Schlag der Sehne. Wir empfehlen euch für den Anfang den Schießhandschuh Classic. Bei ihm haben wir auf ein extrem weiches und hochwertiges Rinderleder zurückgegriffen. Er schützt die Finger optimal und bietet sehr guten Tragekomfort. Der Kitty ist ein kleiner und funktioneller Seitenköcher und er ist speziell für Kinder und Jugendliche konzipiert und kann universell für Rechts- und Linkshandschützen verwendet werden. Nicht vergessen zum Aufspannen des Bogens haben wir den Berbohrspanngurt aus robustem Nylon mit ins Paket gepackt. Grundsätzlich ist der Spanngurt etwas breiter als die herkömmliche Spannschnur. Dadurch haben wir mehr Kontrolle beim Aufspannen. Der richtige Bogen für unsere Kinder, wenn die ersten Pfeile fliegen sollen, ist auf jeden Fall der Pentalon Hero. Gerade für unsere Kinder und Jugendlichen ist es wichtig, dass sie beim Bogenschießen Spaß und Erfolg haben. Jeder einzelne Bogen unserer Hero-Serie kann über den Bogensattel, also Shelf oder mit einer Pfeilauflage geschossen werden. Unsere Hero Jagd Recurves für Kinder und Jugendliche sind Bögen der Erwachsenen absolut ebenbürtig. In jedem Set mit dabei sind natürlich auch Pfeile. In diesem Fall findet ihr in jedem Einsteigerpaket sechs Slimline-Standard-Pfeile. Beim Deluxe-Set mit dabei ist der Longlife Pube Little. Ein extrem praktisches, schwimmfähiges und langlebiges Ziel. Luca und Ben wünschen euch schon mal viel Spaß!